Wie gehst du denn? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Hände! 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 Sehr gut. Jetzt können wir jetzt hier ... Sie können wir da drüben? Nein, wir können wir da drüben. Ja, genau. Ja, genau. Ok, ich muss verschaffen. Was? Hier oben. Hier oben. Hier oben. Einer von der Mord. Ja, geh du wieder rüber. Die letzte schaffst du nicht. Ich hab gesagt. Ja, du bist der letzte, oder? Ja, du bist so ein kleiner Knecht, du hast ihn aber drüben. Ja, das ist ein Drückchen. Oh, ich muss ihn so hoch sehen. Da kann man ihn nicht umgehen. Verspring du mit dem Kopf! Der muss das Kopfball! Einen Knochen. Der schraubt einen kleinen Hinn aus oder so. Schmeißen wir mal durch die Dürfe. Ich sammle. Boah, die hat auch die Kleine abhängen. Boah, die sind... Auf einmal, auf einmal. Nicht so hoch. Sonst hätten wir genug Platz. So, Fall. Das geht aber noch weg. Oh, der wird ja hoch. Na, ruhig. Der ist ja hoch. 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 Der ist ja hoch.